so hallo die vorbereitungszeit ist zu ende wir kommen jetzt zum ersten großen klassentest ja also wir haben ja uns alle länder mal alle länder sag ich schon alle kontinente mal so am stück angeguckt und jetzt wollte ich ja ganz gerne mal die weltkarte ausprobieren und schauen wie weit wir kommen ich habe letztes mal gesagt ich wäre froh wenn wir 250 versuche schaffen ich habe ja komplett verdrängt dass diese ganzen inselgruppen und so weiter da werde ich ja jedes mal für jede inselgruppe werde ich im prinzip bis sie die inselgruppen durch habe neuen versuche verbrauchen also wenn es wohl ziemlich mehr wie 250 werden aber wir gucken einfach mal was kommt was wir hinkriegen was wir können da geht es los vereinigte arabische emirate so die weiß ich doch schon zuerst die kriegen wir schon mal ausgefüllt die was saudi arabien hier waren die vereinigten arabischen emirate die republik kongo hier war die demokratische republik kongo hier war die republik kongo gut diese die einigen staaten sind gleich mal weg slowenien wissen wir doch mittlerweile auch hier unter österreich jetzt geht's los kamerun jetzt geht's los irgendwo hier in afrika welche welche tollen danken hatte ich ich weiß zum beispiel noch hier ist niger hier ist nigeria deswegen klicke ich die gar nicht erst hier ist somalia hier ist eritrea hier ist dieses andere ding hier sind die ganzen dinger die mit a aufhören da war auch kein kamerun dabei kamerun könnte irgendwas da oben sein das hier war mali das hier war mali das hier war marokko das hier war algerien wo zum teufel ist kamerun wird jetzt ein paar mal daneben klicken die klammer diese scheiß klammer es ist unglaublich genau deswegen habe ich das gemacht hier wo ich gesagt habe das ist wie eine klammer total bescheuert total bescheuert dass das jetzt funktioniert hat ohne dass ich mir oh mein gott ok malaysia war das hier ghana war das hier die elfenbeinküste ist hier ist hier ich habe ja das war jetzt so klein ich dachte da ja ist hier ich habe ja vorhin gesagt hier ist niger und nigeria namibia hier war dieses sambia und hier war namibia ost timor war dieses stückchen hier hier bei den bei den war das indonesien ich glaube indonesien jedenfalls ist hier ost timor japan kriegen mal auch aufgedeckt lobe macht lobe türkei ist hier rumänien jetzt kein quatsch machen da ist jetzt kein quatsch machen rumänien müsste in europa okay wait a moment wait a moment österreich ungarn ukraine kroatien dieses land mit b was ich gerade nicht hinkriege kasachstan albanien nordmazedonien was war denn hier ich möchte gerade wirklich wenig möglichst sicher nicht viel raten ich will nicht viel raten ich möchte ziemlich sichere klicks haben nochmal ukraine was war hier was war neben ungarn ich komme nicht drauf gesagt nordmazedonien albanien kasachstan das weiß ich gerade nicht mehr aber es war auf jeden fall nicht rumänien da war es okay da hätte ich doch auf meinen ersten gedanken wieder mein bauchgefühl hören sollen madagaskar ist vor afrika die große insel thailand thailand da hätte er hier nanny das hier war vietnam das hier war vietnam das hier war vietnam dings was ich immer vertan habe das war teilen ah daneben daneben knapp daneben ist auch vorbei ok südafrika war hier laos laos war das hier richtig oh weia sudan sudan gab es auch als südsudan sudan sudan war hier und hier war südsudan china ist logisch oh mauritius inseln ich glaube die gehörten zu afrika da kann ich mir jetzt aber nee das war mauritius oder scheiße war nicht mauritius was war das denn ich weiß es nicht mehr ist egal das war jedenfalls nicht mauritius ah mauritius ich kenne kurz die drei hier durch oh halleluja ok serbien kriegen wir wieder hin sagte er geht hier hier war die slowakei wait a moment slowenien slowakei und serbien ist doch hier ganz in der nähe hier unten wo war denn jetzt wieder serbien das war nicht in der mitte polen weiß russland sitauen lettland estland das war auch nicht hier oben so viel bleibt jetzt nicht mehr übrig ah das hier hat man noch nicht oder wieso habe ich da nicht gerade gleich dran gedacht ach man immer ärgerlich so haiti 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 das hier war taiwan war so eine teilinsel hier das war in amerika und zwar der linke teil hiervon die dominikanische republik kriegen wir auch hin oh stopp das hier ist die demokratische republik kongow jetzt war ich ganz kurz lost dominikanische republik weil wir reden von was ganz was anderem jetzt das hier ist ja nicht die das ist ja die demokratische republik kongo wo ist denn die dominikanische republik wo ist denn die dominikanische republik jetzt habe ich ein problem oh shit die kriege ich nicht zugeordnet war das hier die andere hälfte oh ey ich hätte jetzt so viel angefangen zu raten oh gott es wird ok das wird es wird wirklich noch kritisch mit manchen sachen mit manchen sachen wird es noch richtig kritisch und ich werde richtig punkte verlieren ok kuwait da sind wir irgendwo hier da sind wir irgendwo hier da sind wir irgendwo hier unterwegs ok panama ist wieder einfach aber jetzt mal ohne witz vor fünf tagen hätte ich fast nichts davon gewusst also ich habe mich auf jeden fall auf irgendeine art und weise weiter gebildet finde ich ganz cool wie lange das anhält keine ahnung ägypten ich meine hier ja ja montenegro probiert kurz das hier das war's nicht das war's nicht das war's nicht f f f großes f wo ist montenegro hier hier war algerien marokko das weiß ich grad nicht weiß ich auch grad nicht war aber auch irgendein ding ach scheiße das waren die gynäher dinge hier das war die biberien das war montenegro das ist doch hier drüben scheiße das ist halt das gefährliche wenn ich anfange wenn ich nicht mal nicht mal die länder kontinent sicher weiß dann wird es gefährlich dann wird es richtig gefährlich montenegro ... also ich schwanke zwischen südamerika und afrika woanders mein ich jetzt nicht vermuten ob ich hier ... ne 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 ich muss jetzt ein bisschen rum klicken es hilft jetzt leider nichts ich muss jetzt anfangen rumzuklicken ärgerlich weil das wird mich zurückwerfen also was kann ich ausschließen ich kann das hier ausschließen die beiden gehen nicht erst das kann ich spontan nicht ausschließen das war Liberien was war hier drüber über Ghana Montenegro was war unter Libyen das hier war dieses Zentralafrika also das ist es was war das Südsudan das war Tansania gesagt hier sind die ganzen Zambia Zimbabwe das weiß ich alles noch aber was zur Hölle war Montenegro ich klicke jetzt kurz die drei hier durch weil irgendwas sagt mir das ist hier auch wait nee jetzt habe ich kurz gedacht hier nach Mexiko aber irgendwas sowas ähnliches kann man auch nach Mexiko oh shit 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 ich klicke ich dann nochmal drauf ein land und ich hänge wieder gab es dieses was ich gerade gesagt habe f hier war Dings und das andere Dings aber das war auf jeden Fall nicht Montenegro habe ich das schon angeklickt nicht jetzt habe ich es angeklickt wait auch nicht hier war irgendwas wo wo mit die Quart war auch mit einem m verdammt verdammt ich weiß Montenegro nicht Georgien das weiß ich noch scheiße das hatte ich schon Leute ich bin lost ah nee das hier das war jetzt richtig dumm dass das angehe ich hier war hier war Paraguay hier war Uruguay so das das war jetzt so richtig lost dass ich das angeklickt habe ja das eine land bringt mich jetzt komplett raus ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es beim besten will nicht mehr waren wir jetzt in so einem Fall ich könnte überspringen drücken ja ich muss überspringen drücken ich habe keine ahnung aber hiervon war es auch ne ich weiß es nicht mehr ich überspringen es Portugal Aserbaidschan lasst mich kurz richtig liegen hier war Armenien hier war hier war Georgien hier war Syrien dann ist hier Aserbaidschan malin war das hier malin war das hier auf jeden Fall war es eine Inselgruppe was ist noch übrig was ist jetzt mali ich dachte zumindest das ist sowas war ich dachte zumindest das ist sowas war auf die ich nicht weiß dass wir die nachher nachgucken ich hoffe ein kleiner Zettel reicht dafür also wir hatten Montenegro und Mali haben wir verkackt ich werde Mali noch ein bisschen raten dass ich zum ein paar Punkte dafür abziehe aber wo fange ich an zu raten da geht es schon los weil das wo ich dachte das ist es das war es nicht ne wahrscheinlich war es keine Insel und ich bin gerade wieder lost das ist das Problem jetzt fange ich nämlich an darüber nachzudenken und jetzt gerate ich in die lostheit ok wir müssen überspringen ok Nigeria so jetzt geht es weiter entweder hier oder hier ich glaube Nigeria war oben genau andersrum also immer die falschen 50% ist aber ok Tansania war hier Somalia ist das hier El Salvador war dieses kleine Ding Marokko war hier Nordkorea kriegen wir auch hin ist hier drüben Bolivien war glaube ich hier dann hier hier auch nicht wo ist denn jetzt ist Bolivien ist doch gar nicht in Afrika oder bin ich hier irgendwo jetzt jetzt geht es wieder jetzt bin ich wieder auf die andere Art und Weise lost Bolivien müssen wir uns aufschreiben ok Bolivien da wir springen ok Indonesien kriegen wir hin Senegal Senegal irgendwo da irgendwo da irgendwo da das hier war Pakistan das hier war Afghanistan das hier war Kirgizistan das hier war Usbekistan das hier war Tatschikistan das ist alles nicht Senegal oh oh where the f blöd dass man die 0 überspringen kann und die danach nicht nochmal kommen das wär besser die danach nochmal kommen würden Nope, ich weiß es leider nicht, muss ich mir aufschreiben Sri Lanka War das nicht das Ding von Indien? Dass ich langsam komplett lost werde Brunei war dieses Ding Brunei war dieses Ding Richtig, so Estland Okay, jetzt kommen wir dann Party, ich weiß Also zumindest eins, was ich weiß Die Tonga War glaube ich daneben Weiße Irgendwo da war Tonga Oh wait, vielleicht bei den Arden Da sind ein paar Dingern hier unten Welches kann ich denn schnell ausschließen? Das hier war Zambia, das hier war Zimbabwe Ist das hier aus? Tonga Nee Nee, jetzt warte ich leider wieder zu viel Ah, wir müssen Tonga leider skippen Nee, ich komm leider nicht drauf Tonga, auch nachschauen Okay, Norwegen ist einfach Suriname War das nicht eins von den beiden? Yes Weißrussland ist Nicht auf Polen klicken, ist daneben Da, Italien Tatschikistan War unter Usbekistan Wait, 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 wait Drüber? Was ist das, ganz große? Irgendwo da muss es ja dabei sein Also ganz ruhig Kyrgyzstan Weiß ich nicht Ich dachte hier ist Usbek Ah, das da hier Das hatte ich noch nicht angeklickt Schwitz Usbekistan Das wird es aber hier Yes Oh Gott Jetzt kommt Oh, nee Ich glaube, das war irgendwas hier Das war irgend so ein Ding hier Ja Okay, Taiwan Togo Jetzt sind wir aber hier Kolumbien Kolumbien Kambodscha Wölfe Ich denke irgendwo hier Aber die meisten hier schließe ich schon wieder aus Warte, Kyrgyzstan Was fehlten hier? Nicht Kambodscha Das war hier irgendwo Hier war Kambodscha Das war dieses Herzding Okay Hat mich wieder ein bisschen was gekostet Die Mongolei war hier oben drüber Griechenland wusste ich schon immer Das ist nichts Neues Jordanien Hier oder hier Da Nicaragua Ja Nicht irgendwo hier Nicht irgendwo hier Scheiße Was hier irgendwo Da waren die Oh fuck Das war ja War ich ja komplett weit weg Da war ich ja komplett raus Die Bahamas Die Bahamas Oh Gott Als wir Als wir die Einzelne hatten War die glaube ich nicht so schlimm Aber jetzt War das hier eine Gruppe Ich klicke hier kurz durch Ja da war es nicht Da war es nicht Das hier waren sie aber auch nicht Die Bahamas War es aber auch nicht Das waren sie aber auch nicht Ups Okay Katar Kriegen wir hin Saudi-Arabien gleich daneben Sehr schön Neuseeland Jetzt war ich ganz kurz Buena auf Karneuseeland St. Vincent und die Grenadinen Das war irgendeines hiervon Das da war es Eritrea weiß ich auch Eritrea ist hier Jemen Jemen war über Überdings Ne nicht 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 Jemen war hier unten Ja Georgien war hier Andorra Ist dieses kleine Ding gewesen Finnland Ist hier Israel Ist hier Stopp Nicht nicht Palästina Sondern Pakistan Hätte ich kurz Quatsch gemacht Oh Pakistan Hatte ich Ne Quatsch Pakistan Hab ich von auch gesagt Albanien Ist hier Oh Ne 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 Ist ok Ostend Herze Korbina War glaube ich Ja genau Ach jetzt kommt das So eine scheiß Inselgruppe Komoren Da Gott sei Dank Gleich gefunden Nepal war hier Jetzt kommt die Genau Zentralafrikanische Republik Das war dieses Ding Richtig Mexiko ist hier Angola 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 Oh dang it Oh dang it Ich probiere wieder die Dinger hier unten Weil hier diese Weil hier diese A-Länder waren Aber scheinbar ist es dann Ihr Scheiß Mist Mist Ist kein Angola Dann schreibe ich Angola auf Das Problem ist natürlich Je mehr wir offen lassen Die Länder werden sich ja nicht füllen Das füllt sich ja nicht aus wenn ich es überspringe Gabun Hab ich schon mal gelesen Wait war Gabun nicht das Ding hier Oder das hier Nein schade Gabun Ne Ist mir zu Zu Whisky da jetzt rum zu klicken Gabun Mal springen San Marino Ist nicht irgendeins hier Das hier war Grinner Dingens Das hier war Irgendwas mit B Ah scheiße Dann weiß ich es leider nicht Dann wird San Marino Unausgefüllt bleiben Es ist Noch nicht perfekt San Marino Auch nicht gewusst Südsudan ist ein Das ist hier Zambia Es ist hier Ungarn Es gibt Die kommen ja noch viele die ich weiß So ist es ja nicht So jetzt sind wir wieder raus Dschibuti Was eins von den beiden Kleine Ah ne es war das hier Ja 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 Das war das dazwischen Eritrea und Somalia Genau Ecuador Wait a moment Bin ich dumm? Oh Gott ist Ecuador jetzt Südamerika oder Afrika Oh scheiße Oh Ecuador hätte ich jetzt eigentlich gehofft dass ich das weiß Ich skipps Ich skipps Äquator aufgeschrieben Vietnam Bangladesch Das oder das Das Nordmazedonien Ist hier Äquatorial Guinea Ist dieses Kästchen gewesen Eswatini Ist Dieses Pünktchen gewesen Syrien Ist unter der Türkei Ach also Kommt da das Ding hier Burkina Ich glaub das war irgendwo hier Hätte ich jetzt gedacht Nein stopp Das wäre ja Europa Ist ja quatsch Ah wo haben wir denn das gelesen In welchem Land Haben wir denn dieses Ah hier unten haben wir noch die zweite Schade Wo haben wir denn das immer gelesen Herrschaftszeiten Ich weiß es nicht Raus Burkina Faso Okay Iberia weiß ich Bhutan Oh Gott Das muss irgendeine Inselgruppe hier sein Ich klicke die kurz durch Weil da bin ich zumindest In der Vermutung Dass es irgendeine von den Inselgruppen hier ist Ja Groß am Big Muss ein Euro da sein Das hier war Mali Was war über Mali Unter Mali Über Ghana Ich weiß nur was da nicht war Mosambik Was war hier eigentlich Nicht Mosambik Wahrscheinlich bin ich völlig Im falschen Land Lop Auch Mosambik Werden wir nochmal nachgucken müssen So Wieder lande Irland Burundi Was Nicht eins von denen Da war Burundi Wie Konesien Wann die hier Das war ja Das ist so Dieses Längste gewesen Wo ich gelesen habe Kam es mir Chile Sankt Lucia Turcmenistan Das war das Was mir noch gefehlt hatte Stimmt Das gab es ja auch noch Uruguay Weiß ich auch Zusammen mit Paraguay Uruguay war hier Kirgizistan Weiß ich auch Das war hier Die Marschallinseln Die weiß ich nicht Aber das muss eine von den Gruppen hier gewesen sein Jamaika Was Ah das kleine Australia Ach du scheiße Ich bin wieder bei diesen Inselgruppen hier Ich klicke die wieder kurz durch Oh ok Gott sei dank Das letzte Sonst hätte ich jetzt wieder Wer ist wieder kritisch geworden So Luxemburg Ich zu verwechseln Mit Lichtenstein Tschechien Moazien Bahrain Kap Verde Kap Verde Armenien Pitschi Malawi Malawi muss auch irgendwas hier sein Scheiße Malawi ist nichts hier Die sind auch raus dann weiß ich leider nicht wo malawi ist dann kurz die noch durch klinge aber da meine ich nicht mal wie zuzuordnen die bräuchte nicht anklicken das weiß ich dass es nicht mal wie es dann weiß ich mal wie leider nicht mal habe ich mir gar nicht wissen wie lange schon aufnehmen algerien lettland aber wir nähern uns ja wir kommen ja voran und es kommen noch ganz viele die ich weiß die dann schnell gehen österreich zum beispiel au weia trinitat und tobargo ich dachte eigentlich dass ich die weiß aber stellt sich raus na gut schreibe ich es mit auf zettel ist gleich voll das ist ein ganz kleiner trinitat und tobargo lichtenstein ist hier daneben klicken und da werden ist hier ob wir sind größer machen bulgarien ist nein oder wait wait what did i do do wrong da ist bulgarien venezuela ist habe ich gesagt hier bin ich jetzt komplett los da oben upsie chat chat war hier irgendwo irgendwo da war dieses chat das der große das große ding hier war chat ok singapur wissen wir jetzt mal ja da auf gottes willen ich mach da einfach ninsel draus komplett lost und akku ich lese es und ich habe keine ahnung wo es war tunesien das ist jetzt wirklich jetzt hätte ich nie gelesen vorher aber klar das müssen wir ja auch gehabt haben aber wo war denn tun die ziehen ich habe gedacht so was weiß ich aber beide gerade wieder komplett aber komplett das sind ja auch nicht so eine inselgruppe ich weiß gar nicht warum ich das anklicke das ist blödsinn was ich hier anklicke gerade das ist wirklich blödsinn ich muss es auslassen so leid es mir tut ich muss es auslassen es ärgert mich aber weil das ist eigentlich ein land wo ich gedacht hätte das weiß ich ach natürlich da oben das war das dumm kenia hat mir auch noch nicht stimmt er war da des soto ist da und ägypten ist da papua neugenia ist stopp hier schied costa 1 und den ding an da paraguay ist hier denkt kids and us ist das da dann ist es das da kasachstan das ist eines der wenigen tal länder die wir noch übrig haben das war das große liga ist hier holen ist hier sam wo da muss es mit dabei sein hätte ich gedacht ja war es nicht schade das war es auch nicht trotzdem an weil es kann hier ist da fehlt noch was schade aber wir haben jetzt auch schon alles weil ich hätte ich da jetzt nach afrika gesetzt ist falsch da habe ich es nicht richtig angeklickt kann kurz hier noch mal probieren oha oha ja das war falsch ob es lief frankreich dänemark ok was ist das das ist das auch wieder so eine inselgruppe gewesen bitte ja yes die genea selbst war das große afghanistan war das große hier gujana war glaube ich das was hier eindringt alle wieder das war jetzt wieder gujana das hier war doch zimbabwe wieso klicks überhaupt an da war gujana da war gujana oh das war das da drüben ok so slowakei wissen wir irak wissen wir und prinzip wissen wir auch spanien ist auch klar wanda das jetzt 1 da wollte ich anklicken das war eins hier und weiß nicht genau welches jetzt habe ich zum dritten mal das angeklickt wo ich weiß dass es zimbabwe ist bin ich denn komplett bescheid hier war ruanda sierra leone das war da kuba kuba war hier so war ich sowas von überzeugt ich bin ich dumm ach nee kuba ist da oh gott oh gott oh gott ja natürlich ist kuba das da die philippinen das waren die philippinen ich wieso habe ich das sind von als was anderes ach gott demokratische republik kongo ist hier indien ist da der iran ist hier Botswana ist nicht hier da ist Botswana Zypern ist hier Litauen ist hier Schweden ist hier Grenada ist hier der Kosovo ist hier nicht was ich war felsenfest überzeugt dass da der Kosovo ist ich habe es so oft gesagt wo der Kosovo ist und jetzt wo ich Kosovo lese mache ich es falsch das war es komplett so Barbados ist hier Honduras Honduras oh weia jetzt ist wieder das Inselgruppe gedacht aber scheinbar nicht weil es ist ja keine Inselgruppe mehr übrig wo er hin passen könnte der Quatsch Honduras wo gehörst du hin ich weiß es leider nicht wahrscheinlich hier irgendwas wait wait na klar denen war es aber das hier ja Junia Boso ist das kleine hier ich weiß es aber auch schon mal gelesen ach halt die Klappe Lieds haben wir auch schon mal gelesen aber wann 4 4 4 4 5 5 7 9 9 10 11 11 10 11 11 15 15 15 15 Keine Ahnung, wo Belize ist. Aufschreiben. Elgien, ja, komm. Palästina in Israel. Die Palau sagt mir überhaupt nichts, das muss so eine Inselgruppe hier sein. Deutschland sagt mir auch überhaupt nichts, das rate ich jetzt einfach mal. Uh, Vatikanstadt. Walter, die Seychellen. Nicht da, aber es ist eine Inselgruppe. Aber nicht da, 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 okay. Valediven. Argentinien, jetzt machen wir hier einmal Argentinien zu. Russland haben wir auch noch gar nicht. Jetzt haben wir Russland. Gambia. War Gambia das kleine Stück hier? Nein, das große Stück? Nein, das Stück hier? Mann. Mann. Das hier? Was im Bappe? Ich bleib dabei. Was fehlt mir denn hier noch? Da ist noch was frei. Oh nein! Gambia war das Ding, was hier eigentlich... Ach ja, Mensch, ich weiß es doch eigentlich. Vanuatu muss wieder so eine Inselgruppe sein. Yes. Peru. Das war Peru, das war, das war Peru. Ah man, so ein paar kann ich mir einfach noch nicht gut merken. Oh man, ist hier? Ein paar kann ich mir echt gut merken, aber nicht alle, ne? Ja. Domenica. Ja, eins ist von sein, oder? Yes. Ah, Uganda habe ich vorhin überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Dann geht es hier wieder los mit der Rata. Das hier ist Uganda, okay. Das hier ist Uganda, Island hat man noch gar nicht. Mal Island. Guatemala hat man auch noch gar nicht, dann ist das hier... Nein. Das hier. Nein, das hier? Also das hier ist doch... Dings. Nicht Guatemala. Ich habe es doch trotzdem mal angeklickt, weil, zur Sicherheit... Jo, ist Guatemala, warte, ist Guatemala nicht... Ach, das ist das, was nach Mexiko kommt. Hm. Also die afrikanischen und die südamerikanischen Dinger, die verwechsel ich gewaltig. Das hier klappt ganz gut hier, Europa. Europa kriegen wir ganz gut hin. Ach, das war der Libanon. Was hatte ich da vorhin hingesetzt? Ich glaube, Jemen oder so. Prost. Antigua und Barbuda. Geht hier noch eine Gruppe? Ja. Jetzt haben wir es in Bappe. Jetzt kann ich das endlich hier eintragen. Oh. Ah, Kanada haben wir auch noch gar nicht gehabt. Oh. That's it. Eine Stunde, sechs Minuten. Für 196 Länder. 14 übersprungen. Also gar nicht gewusst und die anderen nach mehreren Versuchen gefunden. Joa. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz schnell die noch an, die uns gefehlt haben. Und dann soll es gut sein. Wie finde ich denn jetzt die, die mir gefehlt haben? Ich weiß ja nicht, wo sie sind. Gut, aber ich weiß, was ich nicht ausgefüllt habe. Das weiß ich. Wir hatten hier ein paar Inseln nicht ausgefüllt. Da war Tonga. Tonga war so eine Inselgruppe hier. Okay. Damit kann ich Tonga jetzt wegstreichen. Tonga haben wir jetzt gesehen. Hier hatten wir auch noch was anderes nicht ausgefüllt. Und zwar. Oder? Hatten wir die anderen alle? Hatten wir nur Tonga hier nicht? Kann auch sein. Ich tue gerade alles durch. Gabun? Ne, das ist hier nicht. San Marino ist hier auch nicht. Ecuador ist alles Quatsch. Burkina-Phase alles Quatsch. Ne, dann hatten wir das hier so weit. Das ist okay. Dann hatten wir das hier so weit. Dass ich das Kambodscha immer verhaue, ist echt ärgerlich. Das hatten wir auch so weit. Die Ecke war okay. Das hatten wir auch alles. Ne? Was ich nicht hatte war Bolivien. Ich weiß bis jetzt nicht wo ich Bolivien hinzusetzen habe. Bolivien müssen wir noch suchen. Da war ich irgendwie komplett lost. Bin ich denn dumm? Ich hab die... Leute, bin ich denn bescheuert? Jetzt sehe ich das. Jetzt lese ich gerade, Mali hatte ich nicht zugeordnet. Wie oft habe ich denn gesagt, hier ist Mali? Und wenn wir Mali haben, ordne ich Mali nicht zu. Wie oft habe ich gesagt, hier ist Mali, als wir es gerade gespielt haben? Und dann ist Mali eines der Länder, was ich nicht habe. Bin ich denn komplett dumm? Hier ist dieses Bur... Das Ding war Burkina Faso. Okay. Senegal war das. Senegal hat man auch da nicht, ne? Ja, richtig. Senegal hat man auch nicht. Dann hat man hier ein paar nicht. Angola war hier. Das große hier war Angola. Okay, von Angola aus kann man gut angeln, weil große Küste. So, vielleicht kann ich es mir ja so merken. Man kann es ja mal probieren. Malawi hatten wir auch nicht. Das war diese sehr ganz kleine Schlange da. Okay. Mosambik war hier außen. Oh, wie merke ich mir das denn? Ich weiß es nicht. Ah, das ist neben Madagaskar. Mosambik, Madagaskar. Vielleicht kann ich es mir so merken. Äh, man weiß es nicht. Mosambik, Madagaskar. Okay. Ähm. Gut. Sonst hatten wir hier unten soweit alles. Gabun hatten wir auch nicht. Das war das hier. Das hier war Gabun. Right. Das hier war Gabun. Da habe ich glaube ich in Asien oder sonst wo irgendwo hingeklickt. Völliger Blödsinn. Und Bolivien war nicht hier. Ich habe in Südamerika habe ich ganz viel verhauen. Wir haben in Südamerika recht wenig angeklickt. Deswegen gehe ich gleich mal nach Südamerika rüber. Da dürfte noch viel sein, was uns gefehlt hat. Wir haben jetzt glaube ich alles durchgeschaut. Ja, ich glaube hier haben wir alles. Südamerika. Ecuador war hier. Oh mein goodness. Da war Ecuador. Da war Bolivien in der Mitte. Warum bin ich denn dumm? Zu lange her gewesen. Das war schon nicht mehr. Trinidad und Tobago war diese Insel. Das war Trinidad und Tobago. Okay. Dann war das auch weg. Dann müssen wir irgendwo noch San Marino finden. Hier hatten wir auch nicht alles. Hier hatten wir auch nicht alles. Hier hatten wir... Was habe ich da verhauen? Nee. Mir fehlt jetzt auf meiner Liste noch Montenegro. San Marino. Und Belize. Und Belize. Wer hier ist? Hier kann es nicht sein. Das ist Blödsinn. Das hier hatten wir soweit. Ach Belize war das kleine hier. Siehste? Belize gehört hier hin. Belize gehört hier hin. Ah, da habe ich noch viel zu viel Quatsch gemacht. Da habe ich noch viel zu viel Quatsch gemacht. Okay. Jetzt fehlt mir immer noch Montenegro. Bin ich dumm? Ich finde es jetzt ja nicht mal, wenn ich es suche. Ich dachte, es war hier irgendwo, aber scheinbar nicht. Hatten wir hier irgendwas verhauen? Oh mein goodness. Das hier außen ist Montenegro. Ja, Mann. Ja, das da ist Montenegro. Dummer Konnen. San Marino war das Stück bei Italien. Das war San Marino. Das hatten wir immer richtig, wenn wir Europa gespielt haben. Und jetzt, wenn die große Karte da ist, kann man es nicht mehr zuordnen. So ist das. So ist es. Okay. Das waren alle. Das waren alle. Wir haben alle nachgeholt. Das war die Weltkarte. Ich glaube, nochmal mache ich es nicht. Aber wenn ich jetzt bedenke, wie es gelaufen wäre vor fünf Tagen, hätte ich wahrscheinlich 10.000 Versuche oder so gehabt. Keine Ahnung. Das hätte ich ja das wenigste gewusst. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Und jetzt weiß ich schon einiges. Also ich finde, wir haben einiges gelernt. Wird es dann aber jetzt denke ich auch an der Stelle mit dem Geografie belassen. Wenn ihr noch irgendwas Spezielles haben wollt, was wir uns angucken sollen, sagt es mir gerne. Ansonsten mache ich dann mit Geogaster wieder weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.